Hallo meine lieben Jörnes und willkommen zu... Ups, von mir war ja, guten Tag, wünsche ich euch Leute und willkommen auf einem kleinen Job. Wir befinden uns gerade in Hamburg, aber irgendwie sieht das hier alles nach London aus. Die Leute sind plötzlich auch anders als ich. So Leute, ich habe plötzlich Lust bekommen, ein paar Telefon-Panks zu machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ey Junge, gib mir dein Handy, komm! Hallo? Ist der ein veganer Dönerladen? No? The police? Oh, I'm sorry. So, das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Willkommen bei Radio Hamburg. Welchen Song darf ich für dich spielen? Wie befinden Sie sich in der Musikrundshow? Ja, ich hätte gern die 1 mit extra viel Mayonnaise. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einfach einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao!